Und ich habe mir selber Querflöte beigebracht, aber warum kann ich das? Ja, irgendwie war es nichts für mich. Für mich habe ich gerne rumgespielt, aber dann war mal bei meiner Freundin von meiner Mutter, die Querflöten habe, wenn ich so war, und habe. Ja, und dann hat er mit mir geübt und ich habe so gemerkt, dass das nicht für mich. Ich habe es eine Art von Tuchempern. Ich bin seit einem kleinen Loser und ich habe noch nicht geübt, aber ich habe es nicht geübt. Ich habe es nicht geübt, ich habe es nicht geübt, sondern ich habe es nicht geübt. Ich habe es nicht geübt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017